Herzlich Willkommen einmal mehr zu Karnisius TV. Wir sind bereits am Samstag in der Osteroktav und ich lese das Tagesgebet. Gott, unser Vater, du gibst dich uns Menschen zu erkennen im Schicksal Jesu von Nazareth. Gott, als er von allen verlassen war, hast du ihn durch Leiden und Tod hindurchgeführt zum Leben. Lass uns glauben und vertrauen, dass auch wir in aller Bedrängnis und Not unterwegs sind zu dir, mit unserem Herrn Jesus Christus, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Ich lese aus der Apostelgeschichte. Wir sind im vierten Kapitel. In jenen Tagen, als die Führer sowie die Ältesten und die Schriftgelehrten den Freimut des Petrus und des Johannes sahen und merkten, dass es ungelehrte und einfache Leute waren, wunderten sie sich. Sie erkannten sie als Jünger Jesu und sahen aber auch, dass der Geheilte bei ihnen stand. So konnten sie nichts dagegen sagen. Sie befahlen ihnen, den Hohen Rat zu verlassen. Dann berieten sie miteinander und sagten, was sollen wir mit diesen Leuten anfangen? Dass offensichtlich ein Wunder durch sie geschehen ist, ist allen Einwohnern von Jerusalem bekannt. Wir können es nicht abstreiten. Damit aber die Sache nicht weiter im Volk verbreitet wird, wollen wir ihnen bei Strafe verbieten, je wieder in diesem Namen zu irgendeinem Menschen zu sprechen. Und sie riefen sie herein und verboten ihnen, jemals wieder im Namen Jesu zu predigen und zu lehren. Doch Petrus und Johannes antworteten ihnen, ob es vor Gott recht ist, mehr auf euch zu hören als auf Gott, das entscheidet selber. Wir können unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben. Jene aber drohten ihnen noch mehr und ließen sie dann gehen, denn sie sahen keine Möglichkeit, sie zu bestrafen, mit Rücksicht auf das Volk, da alle Gott wegen des Geschehenen priesen. Liebe Zuschauerinnen und Zuhörer, die Erfahrung der Auferweckung Jesu war so wuchtig und hat die Jünger so überwältigt, dass sie diese Wahrheit unmöglich für sich behalten konnten. Sondern sie mussten sie gleichsam weitererzählen. Ist ihnen das auch schon mal passiert, dass sie etwas erlebt haben, von dem sie unbedingt weiter sagen mussten. Dass sie vielleicht bei einem Verwandten oder einer Freundin angerufen haben, um das zu erzählen. Ich erinnere mich, als meine kleine Schwester geboren worden war, da haben wir alle dann, damals gab es noch die Telefone mit den Wählerscheiben, und dann haben wir alle da telefoniert. Es war überall besetzt, weil jeder natürlich telefoniert hat. Aber wir wollten die neue Nachricht, die gute Nachricht, und wir wollten so schnell wie möglich unter die Leute bringen, weiter sagen. Heute klingt das Wort Missionieren eher negativ. Ja, da hört man mit. Da will jemand seine Überzeugungen anderen aufdrehen. Da betreibt jemand Gehirnwäschung. Hier nervt einer und hält nicht von der Arbeit. Warum geht es uns eigentlich nicht so wie dem Petrus? Der bekam es wegen seines Glaubens sogar mit der Polizei zu tun, aber auch Drohungen und Einschüchterungen und Bewährungsauflagen konnten den Petrus nicht davon abhalten, endlich die Klappe zu halten, still zu sein. Wir können unmöglich darüber schweigen, was wir gesehen und gehört haben. Wir können es leider schon. Christe, die über Christus schweigen, vor lauter Angst den Zeitgenossen auf die Füße zu treten oder mit düsteren Höllenpredigern, die auf einer Bierkiste in der Fußgängerzone predigen, mit denen in einen Topf geworfen zu werden. Um Gottes Willen, ja dann schon lieber ganz die Klappe. Wer Christus und seine Auferstehung aber erkannt hat, der wird von ihr reden, der muss von ihr reden, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund, sagt der Volksmund. Die Frage ist nicht Mission, ja oder nein, sondern natürlich braucht es Mission. Die Frage ist nur, welche Form von Mission jetzt in dieser Situation dem Anliegen förderlich ist und welche Form von Mission dem Anliegen schadet. Aber eine Kirche oder eine Gemeinde, die kirchenferne, säkulare Menschen gar nicht mehr erreichen will, die hat unter der Hand, bewusst oder unbewusst, eine lebensrettende Botschaft für die Welt gegen ein unverbindliches, philosophisches Traktat, eingetaucht, von dem man in der Tat fragen kann und muss, braucht die Welt sowas überhaupt? Haben wir nicht eh schon genug von solchen Traktaten? Das Evangelium, die gute Nachricht, ist keine unverbindliche Frühlingslektüre, sondern ein Lichtblick, auch und gerade in schweren Zeiten wie jetzt. Ich bete. Allmächtiger Gott, mit der Auferweckung deines Sohnes hast du die Herzen der Apostel so verändert, dass sie unmöglich darüber schweigen konnten. Wir bitten dich, für alle Menschen, dass sie Christus in ihrem Leben entdecken und neugierig weiterfragen. Für die Christen, dass sie die Tiefe der Auferstehungsbotschaft erkennen und passende Worte finden sie weiter zusammen. Für alle Eltern und Großeltern, Katechetinnen und Religionslehrer, lasst die Weitergabe des Glaubens an die kommende Generation gelingen. Wir beten in einer kurzen Stille in unseren persönlichen Anliegen. Guter Gott, lehre uns zu unserem Glauben zu stehen in guten und in bösen Tagen, in Freiheit und Anfechtung durch Christus unseren Herrn. Amen. Unser Osterlied von heute, ein Klassiker ebenfalls. Es gibt verschiedene Texte dieses Liedes in den unterschiedlichen Diözesen. Wir sind hier in Berlin. Sie hören also die Berliner Version von Preis dem Todesüberwinder. Preis dem Todesüberwinder, der da starb auf Volkertag, dem Erlöser aller Sünden. Preis ihn und Halleluja. Lass des Bundes Haarfe klingen. Lass von Herzen froh uns singen. Halleluja, Jesus lebt. Jesus lebt. Jesus lebt. Halleluja, Jesus lebt. Uns vom Tode zu befreien, sank er in des Grabes Nacht. Unser Leben zu erneuen, steht er auf durch Gottes Macht. Tod, du bist von ihm Sieg verschlungen und das Leben ist errungen. Uns zum Himmel zu erheben, ging er zu dem Vater hin. Lasst uns ihm die Ehre leben, dann ist Sterben uns gewinnt. Doch zu seines Vaters Rechten zieht er zu sich die Gerechten. Halleluja, kommt zu schauen, unseres Hirten, der uns nährt, ewig grünen seine Auern, ewig seine Treue wert. Nur bei dem ist Heil zu finden, der dem Tod hilft, überwinden. Wenn ich aus dem Grabe, wenn mein Leib verkläret ist, wenn ich, Herr, dein Andlitz sehe, o mein Mittler Jesus Christ, wenn du dich mir hast enthüllt, ist mir jeder Wund erfüllt. Halleluja, Jesus lebt. Jesus lebt. Jesus lebt. Halleluja, Jesus lebt. Und in dieser Gewissheit, Jesus lebt, möchte ich Ihnen den Segen zusprechen. Der Herr sei mit euch und er segne euch. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Morgen ist Sonntag, Auferstehungssonntag. Ich freue mich auf Sie. Auf Wiedersehen. Bis morgen. Ich freue mich auf Sie. 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 Ich freue mich auf Sie.